Musik Die junge Gemeinschaft steht für einen Familienverband, der sich für Familien stark macht, für Familien einsetzt und der sich zur Aufgabe gesetzt hat, jungen Familien eine Plattform zu bieten, damit die sich austauschen können, gemeinsam treffen, zusammen Sachen erleben, sich politisch zu engagieren. Musik Alles hält zusammen und man trifft viele alte Freunde. Sie gibt Sicherheit, sie gibt Geborgenheit, auch ein Stück weit Orientierung. In diesem Familienverband sind Familien in Kreisen, Familienkreisen organisiert. Das heißt, fünf bis sieben Familien sind ein Kreis und die unternehmen monatlich etwas. Musik Wir sind heute hier bei der Familie Kampos und wir bauen mit den Kindern ein Sektenhaus. Das ist entstanden auf der Jahresplanung, die Idee. Wir sind sieben Familien und wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat. Musik Für uns ist es halt wichtig, dass wir uns auch mal ohne Kinder treffen, einfach damit wir uns besser kennenlernen und auch Themen besprechen können, die halt gar nichts mit Kindern zu tun haben. Also es ist eine Offenheit da. Und man weiß halt auch, dass jedem Einzelnen der Familienkreis wichtig ist. Musik Und uns ist immer wichtig, dass hier die Gemeinsame, das gemeinsame Tun zwischen den Familien im Vordergrund steht. Musik Die Kinder sind zufrieden. Das ist für Eltern immer das Schönste eigentlich, wenn die Kinder gut zufrieden sind. Musik Mir gefällt es auch sehr gut. Musik Das Besondere ist eben, dass man eben halt viele andere junge Leute trifft in seinem Alter. Ich habe gerade Semesterferien wieder hergekommen und es hat mich sehr lange begleitet. Und es hat viel mit Entwicklung zu tun. Musik Musik Letztendlich haben auch Eltern in diesen Familienfreizeiten Zeit für sich, weil es gibt eine Kinderbetreuung in der Zeit. Man hat Zeit für die Kinder, hat aber auch Zeit für sich, kann gemeinsam was erleben, gemeinsam etwas gestalten und das prägt. Musik Also die junge Gemeinschaft ist ein christlicher Familienverband. Man muss nicht katholisch sein und ich glaube auch, dass es schön ist zu merken, dass ganz tolerant damit umgegangen wird, was man für ein Gottesbild hat. Sondern Christsein bedeutet ja auch, ich gehe auf den anderen zu und ich bin offen. Mitglied in dieser Gemeinschaft zu sein bedeutet, Gleichgesinnte zu treffen, andere Familien zu treffen mit Kindern, die die gleichen Sorgen haben, die gleichen Nöte haben, aber auch die gleichen Freuden mit den Kindern erleben. Und das ist ganz wichtig. Und das gibt auch ein Gefühl der Geborgenheit und im Alltag auch Sicherheit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020